Der erste Preis für Hans Martin Hiltner, der von sich schreibt, ich wurde am 5. Mai 1960 als erstes von vier Kindern von Dr. Regina und Dr. Gerhard Hiltner in Leipzig in Deutschland geboren. Papa und Mama waren Ärzte. Bei mir kam es unter der Geburtssauerstoffknappheit. Davor hatte sich meine Mutter als junge Ärztin zu Beginn der Schwangerschaft, von der sie noch nichts wusste, bei einer Sprechstunde mit Röteln angesteckt. Einig waren wir uns die Jury deshalb, weil der Mensch so ein schweres Leben hat und trotzdem so viel Lebensfreude. Der Text lautet, was mir durch den Kopf geht und ich mit Hilfe aufschreiben möchte. Ich heiße Hans Martin und bin ein fröhlicher Mensch. Ich lebe gern. Ich bin fleißig. In meiner letzten Werkstatt habe ich oft tausend Stück gemacht, egal ob es zusammengesteckte Kleiderbügel waren oder Wasserflaschenstöpsel. Jetzt macht meine Arbeit in der Behindertenwerkstatt ein anderer, bei dem es schneller geht. Am wohlsten fühle ich mich, wenn meine Familie bei mir ist. Nachmittags durfte ich oft mit Papa nach seiner Arbeit zu den Patienten mitfahren. Meine Mama, auch eine Ärztin, ist so geduldig und hat mich sehr lieb. Sie redet mit mir, singt mit mir, zeigte mir, wie das Leben geht. Manchmal als junger Mensch war ich zornig, wenn ich etwas nicht verstand. Dann nahm sie mich in den Arm. Zu den Feiertagen gehe ich mit meiner Schwester und meiner Nichte manchmal in die Kirche. Mir gefallen die feierlichen Menschen und die Lieder mit Orgel. Ich kann alle Strophen und auch bei den Gebeten bin ich schneller als der Pfarrer. Das ist mein kleiner Spaß. Ich bin immer der Erste mit dem Amen. Dann schmunzeln die Leute. Im August hatte ich eine Nierenkrebsoperation. Ich lag neun Tage im Krankenhaus. Zum Glück legte sich meine Mutti mit ins Spitalzimmer, dass ich nicht alleine war. Manchmal wusste der Arzt nicht gleich, wenn er ansprechen soll, weil Mutti ja inzwischen blind ist und nicht sah, dass er ins Zimmer kam. Und ich war kaum noch wach. Ich war gar nicht der, der ich sonst bin und es war gar nicht wie immer. Ich zitterte und versuchte jede Minute aufzustehen und die Schläuche von mir zu reißen. Aber schon am dritten Tag zwinkerte ich den Schwestern zu. Ich freue mich sehr auf das weitere Leben. Viele sagen, ich bin ein Schelm, weil ich manchmal Sachen an andere Plätze zurücklege als erwartet. Mutti's Schlafanzug liegt manchmal unter meinem Polster. Sie sucht und sucht und regt sich auf und freut sich dann so, wenn ich ihn etwas später bringe. Dann lacht sie den ganzen Tag. Ist das Leben nicht schön? Zweiter Preis Peter Gstöttmeier. Lebenshilfe Grein macht der Gartenpflege. Am Sonntag ist er immer bei der Mama. Ist schon einmal Preisträger gewesen. Oberösterreichischen Dialekt müsste man können. Das selbe. Mama sagt allweil das selbe. Jeden Tag rufe ich an. Mama sagt allweil das selbe. Und allweil rufe ich sie wieder an. Körn aus sie. Kastl, Kastl, Büdel, Fenster, Kastl, Sitzen, den ganzen Tag sitzen, schauen. Körn aus sie. Aus sie unter die Leid. Kaffeehaus. Gehst ein, ihr Riss, Kaffee, Apfelstrudel am Teller, schöne Tassen, alles leicht, alles locker, reden, plaudern. Plaudern auch mit Fremden, andere Themen, Neuigkeiten erfahren, außer vom Zirkus. Dann kann ich abschalten, dann geht es mir gut. Dritter Preis Silvia Hochmüller. Sie arbeitet bei der Caritas für Menschen mit Behinderung in Stegen, Päuerbach. Im Bereich Handwerk und Montage arbeitet sie und setzt verschiedene technische Kleinteile zusammen. Die Seele. Meine Seele läuft mir immer davon. Das merke ich, das kriege ich mit. Die Seele hat keine Füße, die Seele hat Flügel. Die Seele muss mit mir reden. Ich war nicht einverstanden, als meine Seele gegangen ist. Ich hole sie mir zurück. Nächste Woche. Das geht mir auf die Seele, das geht mir auf die Nerven. Mein Herz ist durcheinander. Ich soll mich nicht fallen lassen, sonst wird es nichts. Sonst bricht die ganze Seele zusammen, wie ein Erdbeben. Ein Vulkan. Ich bin nicht glücklich. Heute freut mich alles nicht. Arbeiten freut mich nicht. Sport auch nicht. Auf der Erde mag ich auch nicht sein. Es ist so schier, so ein Nebel. Heute ist ein dummer Tag, seit gestern schon. Ein lustiger Tag ist es auch nicht. Nichts tun, nur sitzen und schauen und nichts anderes. Mithelfen geht auch nicht. Alles lasse ich hängen. Dann träume ich von den Engeln oben. Dass ich viele gute Freunde habe, da fühle ich mich wohl. Von Männern träume ich schon, aber nicht von schönen Kleidern und Schminken. Ich träume von schönen Reisen, dass ich mit dem Hubschrauber, mit dem Ballon und mit den Vögeln geflogen bin. Ich möchte weit weg reisen, auf eine andere Weltkugel, ins Universum. Wasser, Meer soll dort sein. Eine Insel und Bäume müssen auch dabei sein. Urlaub machen, Disco machen, Auszeit machen. Entspannung, Niederlegen und Massieren. Musik ist auch dabei, dann schlafe ich ein wenig. In Gedanken muss ich mitarbeiten. Vom Regenbogen bunt träume ich. Am Regenbogen ist es einfach klasse für mich. Auf der Ehrenliste hat Julia Jera keinen Preis bekommen. 21 Jahre alt, in Wien lebend. Schaut sich gerne Fernsehserien an und spielt gern mit ihren Haustieren. Krippenspiel in neuer Version. Die Geschichte beginnt damit, dass der Erzengel Gabriel Mutter Maria verkündet, dass sie ein Kind bekommt. Gabriel, Maria, siehe, du wirst ein Kind bekommen. Maria war es um Gottes Willen. Nachdem Maria diesen Schrecken vertraut hat, verkündet sie dem enthaltsamen Josef die erschreckende Nachricht. Josef, Moment mal, Maria, du bist schwanger. Mit wem hast du mich betrogen? Maria, mit Gott. Josef, das kannst du dem Heiligen Geist erzählen. Nachdem sich der enthaltsame Josef wieder beruhigt hat, brachen sie auf nach Bethlehem und suchten vergebens eine Herberge. Josef, lieber Wirt, nehmt uns auf, wir brauchen eine Herberge für heute Nacht. Wirt, tut mir leid, heute ist Ladies' Night. Maria, ja. Josef, nein. Maria, ich bitte Sie, zeigen Sie doch mal Ihr Herz, ich bin schwanger. Josef, ja, ja, wissen wir. Wirt, hört Herr, für diesen speziellen Fall haben wir hinterm Haus einen Stall. Nachdem Maria und Josef es sich im Stall von Bethlehem gemütlich gemacht haben, durch den Schutz des Esels I.A. gebar Maria zur Nacht auf Weihnachten ihr Kind. Maria, und was ist es, Josef? Josef, ein Junge. Oh, jetzt ist er mir fast runtergefallen. Jessas. Maria, Jessas, ein guter Name. Josef, Jessas. Und so kam Jessas zur Welt und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er heute noch. Karin Brenner und Manuela Gruber. Jetzt haben wir einen Text, den zwei Frauen geschrieben haben. Familie, die Manuela ist in Lilienfeld geboren, die Karin in Neunkirchen. Familie. Ich war ein kleines Mädchen und da war ich vier oder sechs Jahre jung. Und da war ich mit dem Vater und mit der Oma zusammen und mein Vater hat immer getrunken, jeden Tag. Ist dann immer nach Hause gekommen und zum Schluss war es so bei mir. Und mein früherer Vater hat mich auch immer geschlagen und geprügelt, dass ich immer so blau war wie er. Immer ins Gesicht geschlagen geworden und das war früher so bei mir so. Wir haben noch etwas Zeit, deshalb gibt es jetzt noch einen Text von Klaus Willner, der ebenfalls auf der Ehrenliste 2015 steht. Klaus Willner. Wenn ich im Dunkeln wandere, habe ich Angst. Gehe ich auf der Straße, habe ich Angst. Vor der Zukunft habe ich Angst. Die Gewalt auf der Welt bringt mir Angst. Vor der Ungewissheit habe ich Angst. Gewisse Freunde machen mir Angst. Vor einem Anfall überkommt mich die Angst vor der Unmenschlichkeit. Bebe ich vor Angst, Angst, Angst. Johanna Maria Ott Ihr Text kommt auf die Schokolade Banderole, weil er so gut hinpasst, wie man gleich hören wird. Johanna Maria Ott wird im Jahr 1983 mit einer sehr komplexen Körperbehinderung in Berlin geboren. Als Tochter von Schauspielern, die durch die Welt reisen, wächst Johanna mit persönlicher Assistenz auf. Sie lebt ein paar Jahre in Heidelberg, bevor sie mit ihren Eltern nach Hamburg zieht. Dort besucht sie als einzige behinderte Schülerin unter 600 Nichtbehinderten eine Waldorfschule. Als ihre Mutter für ein Jahr beruflich nach Toronto, Kanada zieht, begleitet Johanna sie und besucht eine englischsprachige Schule. Mit 16 zieht sie in die Schweiz zu ihrem Vater nach Rheinau. Mit 18 zieht Johanna in eine eigene Wohnung nach Zürich. Seit 2014 arbeitet Johanna Maria Ott in dem Gemeinschaftsatelier des Vereins Augenhöhe in der Aargauerstraße in Zürich, dessen wunderbares Konzept und die Unterstützung der Mitarbeiterinnen eine große Bereicherung für Johanna und ihre Arbeit darstellen. Und der Text lautet Der See ist klar, man kann den Mond sehen, Frauen, Mädchen schwimmen im sommerlichen Wasser. Die Männer und Jungen sehen ihre verschwommenen Bewegungen. Da kam ein wunderschönes Mädchen aus dem Wasser. Johanna war ihr Name Und sie legte sich neben einen Jungen Und er streichelte sie am Rücken und am Kopf Und sie schmolz Und er findet sich am Rücken und am Rücken. Vielen Dank.